Die sich ihr angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. Juni 2015 bezugsfrei. Die neue Erdgeschosswohnung befindet sich im Kreis Heilbronn. Die Immobilie wurde 2015 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 71 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Erdgeschosswohnung auf 700 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017